Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Es darf sich mal wieder die Star-Wars-Orga zu Wort melden. Es hat ja lang genug gedauert. Das letzte Mal haben wir uns zum Start der neuen Star-Wars-Comic-Serie, Anime-Serie gemeldet, The Bad Batch. Jetzt ist das Ganze rum nach knapp fast vier Monaten. Jeden Freitag lief eine Folge. Die wichtigsten Daten hatten wir damals noch genannt, dass es sich um die Kloneinheit 99 handelt, die jetzt ihre eigenen Abenteuer bekommt und auch ihren eigenen Werdegang. Und heute als mein Gast möchte ich, wie ich habe heute nur einen Gast dabei, möchte ich einmal den Patrick begrüßen. Hallo Patrick. Hi. So, dann gehen wir auch mal gleich ans Eingemachte, würde ich sagen. Wir schwafeln gar nicht so lange rum. Begonnen hatte das Ganze am 4. Mai. Jetzt gestern am 13.8. ist das Ganze zu Ende gegangen. Es wurde schon vorab die zweite Staffel bestätigt. Wie sieht es aus, Patrick? Wie hat dich The Bad Batch, also hat es dich überhaupt gepackt oder hat es dich überzeugt? Ja, konnte es an The Clone Wars irgendwie rankommen? Das kennen wir ja alle. Erzähl mal. Der Pilot hatte mich ziemlich abgeholt, weil der hatte wirklich noch so ein schönes Balancing aus Worldbuilding und eben auch der Kloneinheit. Aber dann hat es mich wirklich innerhalb der Wochen dann immer mehr verloren, bis es mich dann immer wieder folgenweise dann ein bisschen motiviert hat, dass ich die Folgen nicht mehr mittelmäßig, sondern ganz gut fand oder okay fand. Aber insgesamt bin ich halt von der Serie recht enttäuscht, einfach weil man sich von Dave Filoni nicht nur mehr Abwechslung erhofft, sondern auch ein besseres Worldbuilding und dann nicht so dahingeschluderte Kamius. Also das war wirklich zu viel Fanservice, der weder gut für die Storys war, teilweise noch nicht mal besonders relevant, sondern einfach nur so ein bisschen so dieses Klinke in die Hand geben. Mhm. Also es ist sich ein bisschen zu einfach gemacht manchmal. Oh ja. Ja gut, ich stimme dir da so ein bisschen teilweise zu. Also ja, obwohl ich stimme dir eigentlich komplett zu, muss ich sagen. Also die, ja doch, doch. Ja, ich muss mich da ein bisschen berichtigen. Die erste Folge war sensationell. Auch die 70 Minuten damals, die Pilotfolge, war hammergeil. Auch, dass Kanan Jarrus darin vorkam. Dann seine Meisterin, die Deepa Paliba, äh, Bilaba, Entschuldigung, schwerer Name. Ähm, dass man natürlich auf die, auf das Ende, man wird ja direkt so in das Ende der Republik reingeschmissen. Das Imperium ist direkt ausgerufen worden. Ja, ich kann dich verstehen. Also der Tiefgang mancher Serien hat ein bisschen zu wünschen gelassen. Ähm, wie gefällt dir denn unser ganz neuer Charakter Omega? Omega war mit so für mich einer der am besten geschriebenen Charaktere, aber es gibt halt wirklich arg viele Folgen. Wir haben es ja im Vorgespräch gesagt, von diesen zehn Folgen fand ich vielleicht eine überragend. Die letzten drei Folgen fand ich gut, da haben sie sich wieder gefangen. Und dann gab es halt im Mittelpart so eine Doppelfolge mit einem meiner Lieblingsdauers Charaktere. Die fand ich auch wieder gut, vor allem weil dieser Charakter gut verwoben wurde. Aber die meisten Charaktere werden eben, wie auch Omega, immer wieder gern aufs Abstellgleis gepackt. Also wenn sie Entwicklungen hatte, dann war das gut. Aber die meiste Zeit war es halt auf Reset-Knopf gedrückt. Mhm. Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen, Omega hat mich definitiv überzeugt. Was ich weniger überzeugend fand, war, es gab glaube ich ein, zwei Folgen, da war The Bad Batch, also diese Kloneinheit 99, gar nicht so im Fokus. Und das finde ich schon wieder, weil wir reden ja jetzt hier nicht von The Clone Wars, wo im Prinzip jeder Klon einfach mal irgendwo in den Fokus gerückt werden kann oder auch mal nicht. Es geht ja im Prinzip ganz groß um die Klonkriege, ja, fand ich jetzt hier, dass es so ein, zwei Folgen gab, wo die Einheit einfach nicht doch diesen Stellenwert bekommen hatte. Und das ist mir dann schon wieder zu spezifisch, diese Serie. Um zu sagen, ich wende mich so ein bisschen ab. Wir haben in den anderen Serien gemerkt, da haben sie es geschafft, die Klone unterschiedlich darzustellen. Ich weiß, welche Doppelfolge du meinst. Diese Doppelfolge hätte man nutzen können, um diese zwei anderen, die so gut wie gar nicht charakterisiert wurden aus der Damage-Charge vorzustellen. Aber die haben noch nicht mal unsere Crew ausreichend vorgestellt. Das fand ich ein Versäumnis. Stattdessen hat man einen Ausflug, ohne großartig zu spoilern, in eine andere Star Wars Serie gemacht. Und da wirklich mit den Holzhammer gezeigt, wo es denn da mit der Charakterentwicklung hingeht. Das fand ich nicht mal mehr nett, sondern ich fand das wirklich arg geworden und mit den Holzhammer reingehauen. Ja, es gab auch Folgen, die haben sich so ein bisschen hingezogen. Ja, da gab es einfach so einen Tiefpunkt, würde ich sagen. Als wenn so das Creative Team um Dave Filoni so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Kommen wir mal einfach zum Finale, weil es ja gestern war. Ist es einem Finale der Serie gerecht geworden? Zumindest haben wir wieder so einen inneren Konflikt innerhalb der Charaktere gespürt. Und Crosshair ist für mich so einer der interessanteren Klone aktuell. Also gerade da dieser Konflikt, ich will das nicht vorwegnehmen, aber gerade da haben sie wieder schöne Sachen rausgehauen, wo ich dachte, wieso habt ihr das nicht besser auf die Serie verteilt? Und da kommen wir zu dem Kritikpunkt. Es waren ursprünglich deutlich weniger Folgen geplant. Dann hat wahrscheinlich Disney gesagt, nee, 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 wir müssen ja das ganze Jahr über unsere Kunden neue Folgen bieten. Wahrscheinlich haben sie Dave Filoni deswegen da noch ein paar Folgen abgenötigt. Und das merkt man auch. Entweder war der da kreativ ausgebrannt oder es war halt wirklich so eine Auftragsarbeit. Weil alle anderen Dave Filoni-Serien, die haben gerade, was die Charaktere ausmacht, auch eine durchgehende Charakterentwicklung. Das ist mir hier schon sehr viel auf der Strecke geblieben. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es gibt in der letzten Folge so ein bisschen Surprise, Surprise. Ja, da wollen wir ja nicht genauer drauf eingehen, aber es gibt eine kleine Überraschung, ja, oder die ein oder andere Überraschung. Ich fand, was ich relativ gut fand, war so der Beginn des Imperiums, weil wir hatten es, glaube ich, auch schon damals in der Pilotbesprechung oder in den ersten zwei, drei Besprechungen gehabt, dass ja, wir wissen alle, dass das Imperium ja keine Klone mehr nutzt. Und bei Star Wars Episode 4, also bei dem Original-Trilogie, nutzt das Imperium keine Klone mehr. Also wann kam es zu dieser Änderung und wieso, weshalb, warum? Das erfährt man ja eigentlich nie wirklich in diesen eigentlichen neuen Teilen. Und deswegen habe ich mir von dieser Serie gerade das Bindeglied dazu erhofft. Das hätte sich so dermaßen angeboten. Ja gut, der Anfang war ja gegeben. Der Anfang war gegeben. Der Anfang wurde gegeben, sagen wir es mal so. Ja, der Anfang wurde gegeben, aber man hätte das konsequent zu Ende denken müssen. Ja, aber ich denke da, also wir haben einmal das Problem, das letzte Mal Star Wars hatten wir letztes Jahr, ja, mit The Mandalorian, Staffel 2. Dann wurde natürlich jetzt angeteasert für Dezember The Book of Boba. Das ist ja die nächste Real-Life-Serie. Und jetzt haben wir natürlich ein riesiges Loch, ja. Ich kann mir schon vorstellen, wieso, weshalb, warum das Ganze so ein bisschen, ja, erweitert wurde und um einfach dieses Loch zu stopfen. Man will ja nicht wirklich ein komplettes Jahr eigentlich auf irgendwas von Star Wars verzichten. Und darunter leidet eventuell dann natürlich auch diese Qualität, ja, die du erwähnst. Ich würde auch sagen, also Dave Filoni wurde ja jetzt nicht nur mit dieser Serie beschäftigt, sondern er ist quasi gerade der kreative Kopf hinter all diesen Star Wars Serien, die gerade ... Der Kevin Feige des Star Wars Universe. Ja. Kann man sagen, oder? So ein bisschen, ja, Keflin Kendi hat ja abgedankt oder hat's abgegeben. Und dadurch würde ich auch sagen, ich hoffe, dass er dadurch nicht kreativ ausbrennt. Also, dass ihm die Ideen ausgehen. Mhm. Ja, gut, aber ich denke, dieses Creative-Team, das besteht ja so gesehen nicht nur auf Dave Filoni. Also, Dave Filoni segnet ja am Ende ab, aber das ist ja ein riesiges Creative-Team. Und ich denke, da werden keine Ideen ausgehen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, trotzdem. Dass es mal so einen Tiefpunkt gibt, eventuell ja. Was wir jetzt zu Fairness halber sagen müssen, auch die erste Clone Wars Staffel war nicht brillant. Die hatte aber mehr Abwechslung. Aber Clone Wars hatte sich auch erst in Staffel zwei oder drei wirklich gefangen und sein volles Potenzial einfaltet. Wir werden's sehen, ob das dann nächstes Jahr dann einen ähnlichen Weg geht und dann noch mal ein paar Schippen drauflegt. Wir können jetzt aber nur kritisieren, was wir gesehen haben. Definitiv. Und ich sag jetzt nicht, dass das schlecht war, aber es war halt auf so einem konstant enttäuschenden Niveau. Also, für mich war das immer nur solide oder zu 80 Prozent war das nur solide und immer wieder hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Also, es kommt für dich persönlich auch nicht wirklich an The Clone Wars, die Serie, ran, würdest du sagen? Nein, aber bei The Clone Wars, da haben wir noch sechs Staffeln hinterher und eins der besten Serienfinales ever. Was ja auch viele Jahre später erst kam, ne? Mhm. Aber deswegen ist es fies, die Serie schon vorab abzustrafen, aber bisher ist es halt eine kleine Serienenttäuschung dieses Jahr. Mhm, okay. Ja, nehm ich so hin, find ich auch okay. Jetzt hab ich mich natürlich auch mal ein bisschen im Netz schlau gemacht und mal geschaut, wie sieht es aus? Was kann uns eventuell in Staffel zwei erwarten? Da hab ich jetzt wiederum so ein bisschen so einen kleinen Trigger gefunden, für mich persönlich. Angeblich wird's das Baby-Yoda-Grogu-Mysterium ein bisschen heller machen. Ich vermute anscheinend, das, was sie in The Mandalorian oder dann in The Book of Boba nicht so wirklich ... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch mal ein, zwei Folgen im Luke Skywalker widmen, der dann Grogu irgendwie ausbildet oder so was. Ich denke, dass er das ... Also, ich könnte mir das gut vorstellen, dass das eventuell in The Bad Batch so ein bisschen ... Ja gut, das spielt natürlich weit später, aber dass da woher kommt denn Grogu und wer ist das und was hat das mit dem Klon zu tun, find ich ein interessantes Thema. Rückblenden sind jetzt Star Wars untypisch, aber nicht unbedingt. Ein sehr untypisches Mittel. Mir war's halt echt ein bisschen zu viel Routine. Die kommen bei Sid in der Kneipe an, kriegen ihren Auftrag. Und lustigerweise die Synchronstimme von dieser Bar-Dame, das ist Ria Perlman, also die Frau von Ron Perlman, aka Hellboy. Das ist so ein lustiger Funfact. Also, den Part fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Mir war's halt ein bisschen zu routiniert, ein bisschen zu sehr Case of the Week. Und für mich war die Serie immer dann gut und interessant, wenn sie das aufgebrochen haben, diese Routine. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, kommen wir mal zu einer Bewertung, oder? Na klar. Machen wir ... Was machen wir? Wir machen Klonhelme. Was würdest du sagen? Bist du dabei? Gerade bei den Klonkriegern bieten sich doch diese Mikrochips an. Okay, dann machen wir diese Gehirnchips, die die Klone besitzen. Fang du an. Ja, dann sind's Kontrollchips, fertig. Kontrollchips, alles klar. Also, ich hab's ja jetzt schon durchklingen lassen. Das war keine schlechte Serie, aber es blieb für mich weit hinter den Erwartungen zurück. Alle Soros-Fans sollten sich da von meinem Genöle nicht abschrecken lassen. Mich freut, wenn ihr da jede Woche euren Spaß mit hattet. Aber für mich ist es halt so eine 2,75 von 5 mit einem deutlichen Potenzial nach oben. Aber alle Soros-Fans können da wirklich noch mal einen halben Punkt draufschlagen. Ich weiß, ihr habt da mehr Spaß mit. Ja, meine Wertung ist ein bisschen besser wie deine. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich fand einfach, es war schön, wieder diesen Clone-War-Stil zu sehen. Ähm, die Einheit 99, Klon-Einheit 99 ist eh eine sehr, sehr nette Truppe. Für mich absolut Lieblingscharakter zum Beispiel ist der Wrecker. Ja, da bin ich mit dir egal. Dieses sensible, emotionale, manchmal doch doofe und dappiche Verhalten. Aber dann doch wieder mit der Brechstange alles dran, drauf, drüber. Im Panzer-Grenadier-Style. Ja, für mich Wrecker einer der tollsten Charaktere. Ich kann immer über ihn lachen. Ich bin auch sehr gespannt, wo die Serie hingeht. Wie lang sie wirklich noch geht. Ob es mit der zweiten Staffel dann endet oder ob er dann wirklich noch weiterhin sagt, komm, wir melken die Kuh natürlich noch weiter. Ich sag auch, die Star-Wars-Fans werden ihren Spaß dran haben. Klar, der ein oder andere vielleicht ein bisschen weniger. Der andere oder andere wieder mehr. Aber das war schon bei Star-Wars schon immer so, dass es da einfach verschiedene Meinungen gab. Ich bin bei 3,25. Also ich mach die halben Chips mehr. Ich geb der Serie einen halben Chip mehr. Das heißt, ich komm auf 3,25 Chips und bin eigentlich doch zufrieden. Aber was das Finale angeht, und da hab ich ja noch gar nicht meine Meinung gesagt gehabt. Ich fand das Finale nicht einem Finale würdig. Da hat mir so ein bisschen ... Es war gut. Auch Surprise, Surprise, wie ich es vorhin erwähnt hatte. Ja, aber da hat mir so das fette Bumm gefehlt. Vielleicht. Das definitiv. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte mich bei dir, Patrick, ganz herzlich bedanken. Ja. Wir werden uns ja das eine oder andere Mal auf jeden Fall wiedersehen. Na klar. Ein netter Funfact, den wir hier aber noch einfügen können. Wir haben ja auch bei uns in der Redaktion mehrere Hardcore-Star-Wars-Fans, und auch die waren ernüchtert. Und das haben wir sonst selten erlebt. Das haben wir sonst selten erlebt. Das ist richtig, ja. Ja, normalerweise gab's immer nur, wie auch bei Marvel und DC, entweder die Hater oder die Lover. Ja, so die Hardcore-Fans, die egal was rauskam, immer gut fanden. Oder die, die einfach gesagt haben, das hat mich ja überhaupt nicht. Und diesmal waren selbst hartgesottene Fans, so wie du sagst, die waren so ein bisschen so, ähm ... Okay, da hab ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ja, sehen wir mal, was passiert. Und mal sehen, ob es dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr Recap-würdig ist. Aber dieses Jahr hättet ihr damit keinen Spaß gehabt, weil wir jetzt das, was wir hier gesagt hätten, jede Woche hätten quasi sein können. Und da war eigentlich für uns kein Mehrwert dabei. Jetzt freuen wir uns erst mal auf The Book of Boba im Dezember. Und im Frühling startet ja, wurde jetzt erst bestätigt, The Mandalorian Staffel 3 und Kenobi, die Kenobi-Serie. Und da wird man uns von der Star-Wars-Orga und natürlich vom Tele-Stammtisch natürlich auch hören. Und Patrick wird auch erneut wieder unser Gast sein. Ich bedanke mich für dich, Patrick. Bis dann, gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Und hört rein. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.